So, herzlich willkommen. Die Nummer heißt Green Shad von der aktuellen Platte. Green Shad, der grüne Schuppen, ist ein Café in Südafrika. Viel Spaß! Und, ähm, das Besondere bei dem Stück ist eigentlich, es kombiniert sozusagen Harmonien, interessante Akkorde, mit der Energie des Rock'n'Rolls. Die Platte erscheint im Mai. Hört mal rein.